Willkommen zurück meine Freunde zum 14. Video. Ich glaube, ich werde die Nummern in der Ansprache auch weglassen, da ich mich ja gestern ein bisschen verhöhnebepelt habe mit den Zahlen. Wir machen das im Klärszenario Bähner. Vermutlich nur ein, zwei Videos. Sprich, heute im Stream wird Finale sein. Und Vivi, danke dir für den 17. Monat. G.T. Johnson wie immer am Start, selbst wenn er gerade unterwegs ist. Obwohl, ne, du hast ja, wenn du in der Wohnung bist, hast du ja WLAN. Ja, mal sehen. Also ich brauche länger wie ein First Run, obwohl das B-Sennahel eigentlich kürzer sein soll. Naja, lass mal was. Ich bin Atom. Okay, cool. Boah, warte mal, dass man darf mit der Tür zu. Ja, für euch im Stream. Also der Stream wird heute definitiv immer anbleiben. Wir tun dann Sparta Wurst beim Backmary Streamen. Mir tut alles weh heute. Ja, Sparta Wurst tut auch alles weh. Der hat schon in seiner Story nach Tipps gefragt, hab's nur gegeben. Susi tut auch alles weh von der Gartenarbeit. Mir tut heute bloß die Schulter weh, weil ich hab nie übertrieben mit Gartenarbeit. Ich war heute noch dann im Bürovormittag, bevor ich dann mich ins Auto gesetzt hab. Ich hab heute heute. Ah, halt, falsch. 1.45 Uhr gestern. Tja. Äh. Ne. So ein Quatsch. War da wo ganz anders hier? Ehr nur in 40 Laborempfang. Ja. Laborempfang war mir. Mhm. 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 Ich hab heute Penis. So. Machen wir unser feschen Motorrad nachsiehen oder was sagen. Oh shit. Ich muss mir irgendwie mal den Zahnbaden machen. Oh noooool. Correctly everybody. Montag dann immer ein Ass. Je nachdem, wie der Bock ist von allen. DJ Johnson 6902, ich habe dir ja gesagt, du sollst die Seife liegen lassen und Flüssigseife mitnehmen in die Dusche, größer als größer Ass. What the fuck? Wovon redet ihr, man? Mhm. Na ja, Rückenschmerzen, wenn man die Seife fallen lässt. Ach so. Ja gut, nee. Ich mach das Licht an, das ist dunkel im Keller, ja. Ich hab dich was gefragt, at Amex. No, und ich hab dir geantwortet. Wenn du mir nicht zuhörst, kann ich ja nichts dafür. Ich habe dir darauf geantwortet. Die Videoaufnahme ist der Beweis. Ich hab dir gesagt, ja, wir werden sehen, was die anderen dazu alle sagen, ob Montag, weil Montag ist echt. Ich bin heute zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, ich lerne. Was ist das für ein bürgende Frau hier, oder ey? Was hast du denn von mir, die Granate? Ach, ich hab dich gewöhnt. 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 Ich hab dich gewöhnt. Ah, ich bemerkt nicht mal, Kelvin. Was? Was? landfill gekmentiert? What the fuck, man? munition für elektroschock gewehr mit stark stromkartuschen versetzt dem gegner mehr als nur ein paar nadelstiche ok aber lass dich nicht schlafen mach auf entspannt weiter war jetzt etwas geschehen oder? das muss man aber dokumentarisch feststellen kunde das brauchst du nicht die ganze zeit durch und was soll wie wie was zockt unser großer randale bob heute? ich nehme an auch resi 2 übrigens auf dem kanal hier wird natürlich auch das resi 4 in den finger geschnitten hat es durchs pflaster durchgeblutet aber zum glück die linke hand linke hand wäre mir schon schlecht weil ich schreibe ja mit links wer ist da? können sardo äh ok upgrade quasi für bei der rechten hand habe ich mir nur den scheiß schrankkorpus auf den daumennagel fallen lassen der nagel löst sich bestimmt bald das sollte möglich sein was der daumen? nee der nagel der nagel löst sich nicht aber die 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 pein sieht dann immer lustig aus ja ich will mir das bitte nicht vorstellen weil da leide ich mit wenn es jemand ist den ich nicht kenne ist mir scheißegal aber dich kenne ich ohne und da ist immer dann das mitgefühl zu groß keine sorge ich versorge die jeden tag live mitbildern vergiss es man da kriegst du wenn wir dickpicks und bin ich bescheuert bekomme ich den ersten ich bin schon wieder komplett lässt ich glaube den nächsten den nächsten kampagnen strang run wenn ich dann lust in resi 2 der szenario ok dann lasse ich es mal liebe dass man immer erst mit dickpicks dringend ihre anwesenheit im ostbereich ok lieber nicht also soll ich schütze auf ach ihr wort da bei dir ist das wirklich eine drohnung bei der riesenfleischpeitsche definitiv da war ja der mp munition könnt man noch mitnehmen Wo haben wir eigentlich das Schmales, was wir brauchen. Teddy, freust du dich schon auf RACI 4 die Woche? Also, ich hab genug Bilder auf dem Handy. Aber nie von meinem JARAC. Aufnahme Spezialeinheit. Alpha an Ghost. Siehste? Ey, Teddy. Ghost spielt schon hier mit. In Resi 2. Das ist der Ghost aus MV2 natürlich. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus sollen. Hier Ghost verstanden. Rendezvous an Kumpel. Hier Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Worte auf Zielpersonen. Hier Alpha. Sichtkontakt mit Zielpersonen. Es wird den Safe-Erwurt in Safe-Erwurt und Roger erwartet Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Also ist das Antivirus im Westbereich. Oh, meine linke Titte fängt gerade wieder an zu zucken. Da kommt schon. Huh? Das war's. Das war's. Das sieht jetzt aus wie... Oh ja, wie ein Mittelfinger. So ähnlich, oder? Hä? Ich habe das da aber alles ditterisch eingestellt. Alter, ich habe das Spiel zu lange nie gespielt, Mann. Ich glaube, die Leute, die sich die Videos im Nachgang angucken, die denken, da hat das Spiel wahrscheinlich nie gespielt. So, warten wir mal, ob das... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Schnauze. Was ich denn hier vorne verwenden muss? Wir spielen ja jetzt schon 8 Stunden, 2.20 an der Kampagne. Die Hunde immer mich zuerst, verdammt, ich weiß nicht. Voll gespuckt. Wenn man vom Eingang... Nick, herzlich willkommen im Stream. Ah ja, doch ja, das ist der Arrow. So. Ah ja, hier muss ich OSS einstellen, alles klar. So funktioniert das. Und so suchen. Ah ja. Eure Hoheit. Würden Sie sich bemühen, auch in Partyschätze kommen und nicht gegen uns zu spielen? Danke. Ah ja, das ist ja schon Funktionales, ja. Nick? Freust du dich auf Resen? Das ist Dreck. Lieber mal. Warte mal. Trophäe 21. Ey, das hat es doch schon wieder. Ich habe doch die Trophys gestern richtig hingestellt. Das ist immer noch geil gejalliert. Definitiv. Teddy Nick, holt ihr euch Resen 2 die Woche? So. Never Ever gibt es hier... Ich habe das vor allem, ich habe das ganz immerisch eingestellt. Acht Platins... Äh, acht... Acht Silber ist richtig. Zwei Gold ist auch richtig. So, und jetzt kommen wir zu Bronze. Von Bronze gibt es 24. Und da habe ich 21 Stück. Wieso kannten Sie sich Bronze das nicht merken? Bronze du... Vollzeit. Okay. Weiß ich noch nicht. Was wegen meinem Uprage in der Gruppe? Oder warum? Also das Spiel an sich wird sehr geil. Das wird überall gelobt. Es... Das kann... Also... Ich würde fast sagen, Capcom macht keine... Scheiß Resi-Spiel oder... Das ist Geschmackssache vielleicht. Resi 6 war auch nicht mehr. Gibt es das mitnehmen mit den Trophys? Ne, nur Bronze. Bronze merkt es sich nicht, wenn ich das umstelle. So, was hatte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt noch mitnehmen? Wir haben eigentlich wieder chronischen Munitionsmangel hier. Gerade wenn ich mir die Pistel angucke. Mal beobachten. So, wir könnten theoretisch Handgranaten könnten wir mitnehmen. Ah, ich würde sagen, wir nehmen Blendgranaten. Machbar. Schau mal meine Boobies, Jack. Look at them. Come on. So nice. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Schlaf gut, mein geliebter DJ Johnson. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, Montag dann, äh, ja, schreib, äh, tut doch schon mal in Discord. Reinschreiben. Ne Abstimmung machen. Oder was jetzt ne Abstimmung. Abstimmung klingt so, als hätten die Leute ne Wahl. Aber einfach kommt gefälligst. In Emong Asmo und da keine Schweine. Und fertig. Nimm dich nicht. Das ist nicht. Discord habe ich schon Geld Schreiben. Okay, warum sie auch immer im eigenen Discord mir eine anzeigen oder ich keine Push-Benachrichtigung kriege oder ich habe einfach wieder so was hier passiert. Ja, grünes Grau zum Rauchen immer gut, Schreibmaschine auch immer gut. Was ist das jetzt doch gar nicht? Speichern brauchen. Hehehe So Randaliskai AK Vivianis Asset Chantal Miriam Will Roni heute wieder versuchen das Game zu speedrunnen? Ah ja, das ID-Armband verbessern. Ah ja, da komm ich natürlich nicht rein, logisch. Also wenn wir gleich gegen eine Pflanze antrennen, sollte ich ja... Das ist furchtbar. Vielleicht Brandmoney mitnehmen, he? Ja Ja Vielen Dank. Ansonsten wird er umgewatschelt. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Oh ja, das braucht man. Weißes Pulver. Du Arschloch! 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 So durch! Ich glaub der ist durch! Oh, diese Mucke, ey was ist denn hier? Die Saundermalung geht schon wieder EF. 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 Ich dachte, jetzt kommt eine längere Sequenz. Okay. Ich weiß kein Code. Die Saundermalung geht schon wieder EF. 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 Die Saundermalung geht schon wieder EF an. Die Saundermalung kochen mit mit inflationen. Die Saundermalung geht also dort EF. Die Saundermalung geht vor uns ausgeübt. Mehr diese Saundermalung geht jetzt laughing alsische Saundermalung kommen. Lassen, keine Saundermalung haben dazu bei Betrachtel noch nur wir..., ihnen sind in der Saundermalung gewonnen. Die Saundermalung geht auch noch nicht umdimensional werden. Nimmigens einyaund Juden noch 1. Ach ja, das musste man vorne öffnen, klar. Aber ich glaube, jetzt schaffe ich noch ein bisschen Leut weg, weil das war ja gleich um die Ecke. Oh, Hunde! So stehst du sie wieder auf? Damit hast du jetzt aber wirklich nicht gerechnet, ne? Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Ich weiß es noch nicht mal aus, voll wird schocky, ich muss mal achten. Irgendwas habe ich schon liegen lassen. Das ist noch gut. Das ist noch gut. Ah ja. Karte des Labors aus dem Bereich. Sehr gut. Und ein großes Schießpulver. Immer gut zu gebrauchen. Ach, Strom fehlt alles da. Irgendwie glaube ich, sobald ich so einen Strom anstelle, könnte es abgehen. Genau. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin der Möge der Möge. Ich bin der Möge der Möge. Da gibt es noch ein Messer wieder her. Verschleißene Tür Ich kotz ins Fressen Komm, ich stelle hier unten Aspannsstrom an, erinnert mich Die Ballast erstmals ein So, URF Das ist der Serverraum? Ne, war er nicht Hier war der Serverraum Oh, nice Nice Ah, ja Das Video geht schon nur 36 Minuten Ich würde sagen, dazu war er schnell hier speichern oder irgendwas fehlkommt so noch an Nehmen wir natürlich mit Ja meine Freunde, da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Und bis dahin, haut rein, bleibt doch geil und bleibt gesund, euer Amex Bis zum nächsten Mal